Wer freut sich immer auf neue Strecken, aber ich glaube Budapest ist jetzt nicht mehr allzu neu für viele, sind sowieso schon da gefahren in anderen Rennserien, aber jetzt hatten wir auch einen Test da gehabt in Budapest, somit bin ich gespannt, freue mich drauf, da waren immer bis jetzt viele Fans da gewesen, auch in der Vergangenheit und was China angeht, da lassen wir uns alle mal überraschen. Ja, Hockenheim ist schon so ein bisschen das Highlight, weil ich da einfach natürlich auch das letzte Rennen gewonnen hatte und da einfach viel, viel positive Erfahrungen gesammelt habe und sehr, sehr nahe zu meiner Heimat und das ist so immer ein bisschen das Rennen, wo ich mich am meisten darauf freue, aber natürlich auch Norisring ist ein Thema, wo es einfach immer wieder spannende Rennen gibt und viele, viele Zuschauer da sind.